Willkommen zum Video heute. Ja, heute natürlich zu unseren Landkreisen. Was fährt bei uns damals Züge rumgefahren? Da ist heute das Thema und ich mache mal hier den Kanal mal zu und zwar ich bin jetzt hier gelandet und zwar heute geht es natürlich ein bisschen um die Vergangenheit, was bei uns rumgefahren ist und zwar wie sehen wir auf dem Bild ist der RT9 Richtung Kassel. Das steht hier, der weiße. Dann davor ist das der Baureihe der 425, der nach Frankfurt fährt. Manchmal mit den Dingern haben die ein minimales Problem, dass die ja schnell kaputt gehen, schnell ersetzt werden können und da ist bei uns 110 gefahren. Die 110 von der, wo es den TS-Force für uns gibt und zwar die N-Wagen-Generatur auf die Fahrt davon gewesen sind. Das war schon ersetzt worden, die nie 425 gewesen worden sind. Dann gehen wir zum RR9 jetzt hin rüber. Bei RR9 war natürlich, boah, habe ich auch eingestiegen, aber auch alle ersten. Haben wir rumgefahren. Ja, haben wir rumgefahren damit ein Teil. Hab noch nie eben gefilmt oder sowas. War aber gar nicht nötig gewesen, weil ja. Ja, dann, ja. Es war dann noch gewesen und zwar 110, ja. Die Baureihe gewesen. Dann, äh, gab es natürlich noch ein paar, ja, einen neuen Zug wurde abgelöst, ein neuer Zug. Der heißt jetzt natürlich jetzt auch diesen Namen benennte. Und zwar, der heißt diesen hier. Ja, das heißt, äh, wo ist denn ein gutes Bild, dass man das ablöse, eine Ablösung. Das ist die Ablösung für diesen Zug. Das heißt, für diesen Zug muss man den 24, leider Gottesweise, absetzen. Ab heute fährt er nur noch NRW rum. Also heute natürlich fährt er ganz woanders lang, dieser Rote, also dieser Rote, der fährt ganz, ganz woanders lang. Das heißt, heute fährt er nur auf die ganzen anderen Bahnen rum. Das heißt, er fährt nicht mehr diesen, er fährt einfach nicht mehr. Das heißt, ja, er fährt einfach nicht mehr. Das heißt, ähm, dafür, ähm, Moment, ja, besser. Wenn man das mal besser mehr erkennt. So, aber warum fährt er nicht mehr? Es liegt aber daran, ähm, dass der Zug ja eine neue Generatur suchen würde. Und natürlich suchen wir natürlich den hier aus, und zwar, das ist der hier, und zwar, das ist der hier. Den haben wir natürlich jetzt hier einfach hinfahren lassen zu können. Und das habe ich nicht selber nicht gefilmt, das habe ich mir selber nochmal irgendwas anderes. Ich habe ein Bild davon gemacht, euch zu zeigen, was ich euch so zeigen kann. Mitfahrten. Äh, ja, bei uns damals sind die jetzt die, die sind unterwegs noch, die aktuellen. Dann, danach sind die noch, ähm, diese Dinger, die Doppeldecker. Also diese Dinger sind bei uns gefahren. Die bleiben immer noch, immer noch im Handeln. Ich glaube, ich habe die, ich habe die, ich habe das nicht, oder so. Weiß ich nicht, ob ich dieses Ding habe. Ich weiß es nicht. Joa, ist Einfachheit, ne? Das heißt, ähm, ja. Fahren auch welche Leute rum mit dem Teil? Das heißt, bei uns fahren auch mit dem Teil noch rum. Das heißt, ich verlinke natürlich ein paar Bilder, die ich euch natürlich verlinken würde. Das heißt, natürlich, und möchte ich sagen, dieses Video würde ich natürlich, ist natürlich, ja, uns gefahren. Es war, Leute, ich rede kein Scheiß, sondern ist es ehrlich so, bei uns sind diese alten Dinger gefahren. Joa, verlinke ich euch natürlich diese ganzen Bilder. Und, ähm, weil die natürlich bei uns in einem Landkreis rumgefahren sind. Und, ähm, ja, der R30, das ist der hier, den wir, den wir kennen. Das ist der hier, der nach, ähm, Gottes, so, gucke ich ganz danach. Natürlich ist er hier, natürlich. Das heute fährt, hat die, natürlich, heute fährt die, 46 wiederum. Weil, gottesweise, mit diesem Zug hat miese, meine Probleme. Und zwar, die Lok hat viele Störungen. Und manchmal kommt dieser scheiß Trabi und, äh, löst den Ding ab. Das mag ich nicht, wenn zum Beispiel der Trabi kommt und dann, äh, einfach die Ausfahrt wegkommt. Also, dieser Trabi könnte diesen hier eingibt. Das ist der Trabi. Also, halt, ne? Also, fährt auch bei uns. Aber, jetzt nicht. Jetzt fährt er dann auch ganz woanders rum. Das heißt, er fährt da ganz, ganz woanders rum. So, hab euch gezeigt, wie man zum Beispiel bei uns, welche Landkreisen bei uns gefahren hat, die Strecke. Und, ähm, das nächste Video wird bestimmt wieder mal ein kleines Video, um sie Video wieder sein. Wieder nochmal so ein Video. Ja. Und dann wird das Bewertung für dieses Video ist ausgestaltet. Und, ähm, ja. Dann sage ich, hab's euch gezeigt, wie man bei uns rumgefahren sind. Und, und ich verlinke euch welche Bilder und wiedersehen. Tschüss. Probiert den Kanal, liked das Video und tschüss. Wiedersehen. Ab Kommentare. Tschüss.